Sieben Zünder Das war gar nicht so wahnsinnig. Piss dich da, oder? Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Was ist da mit dem Arm? Was tut du das? Wag auch. Ja, die Verhebung war einfach schlecht. Lade noch genug. Ja. Wann ist die scheiß Gasmasken eigentlich da links? Fick die vorher hin. Vermündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Da ist vielleicht gewusst. Die Gasmasken ein und ausschalten. Ganz links her sollte das. Ja, die sollten einfach vorher hin switchen. So, mir ist wulch. Jetzt ist es schon wieder gewittert. Ola, müsst ihr mich häkeln? Weiß ich nicht? Doch. Ohne Gießen. Ohu. Ah, die sehen. Schwitterlobby. 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 Da fliegt einer. Da fliegt einer links. Wenigstens die Loaderkiste ein Problem. Flieg nur zwei. Ach so. Unten. Unter mir. Genau unter mir. Der Fein sprengt über dem Gebiet ab. Wir haben keine Beschaffung. Rüder. Erfischt. Aufgenommenen können. Haha. Dann hast du ja gerade vermisst gerne zurückgeschossen. Ich hab das auch immer so mit den Fernseher. Durchdrauffen drücken. Riffen. Ach, du krank. Schau. Ah, der ist oben am Dach. Ich hab das. Schau. 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 Ganz egal ist, dass der Lodert hier bleibt, weil wenigstens der Nachhaus gestiegen ist, da vorne so. Damit können wir nicht so wieder geschmeidig Lodert gehen. Auch Snipermoni ist kein Motto. Warum ist der nicht mehr Ärger? Wir wollen mobilen Spiel! Remy Host, ein Sniperer. Vorratspiste lokalisiert, Position sicher! Nächstes Ziel aktualisiert! Ich glaube, dass jetzt schon so ein Scheiß-Blinderer da unten geht, da bin ich klar auch gefressen. Nein, zieht mich! Komm schon! Ziele gefunden! Begebt dich zunächst! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ich hab... Wenn ich ehrlich bin, nein! Um am... am... am Klub ist einer runter. Komm zur neuen Sicherheitszonen! Geht's mir! Warte bei dir, nein! Du schaffst das! Die restlichen zwei sind drüben bei dir, Martin! Du hast nicht nur die richtige Seite! Ich hab's! Nein, oder? Der f*** dich doch! Na! Oder... Wie... Wie unkonventionell kann man laufen, dass man da nicht trifft am Kopf? Ja! Schau drum raus! Weg direkt oben! Ich sehe einer! Markiere einen Sammelpunkt! Einer deiner Verbindeten ist zurück am Schnell! Wir haben einen feindlichen Radarstörer nun durch den Bereich entdeckt! Er ist runtergehofft, der Wichser. Er hat mit jedem Funken, den er hatte, aber will ich schießen auf mich. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! der auftrag gescheitert trupp mitglied steigt wieder ein und ich bin selber hinter die kamen ich bin nicht so schieben oh mein gott ein feindliches team verfolgt deine position Das wäre so easy Nein, noch nicht! Ich bin da unten drinnen Ist ein Wecker? Da sind die Hüte Da sind die davon gerannt Der hat voll nach Hause geschossen und dann fange ich an die Hüte Oben am Tag ist es auch noch näher. Ja, in der Tunsanschein. Da ist es. Plotten. Wir haben den Postplotten. Alle der Vorratsstationen wurden angepasst. Rechts rennt was. Oh, warum ist es irgendwo? Es ist mich nahe. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Kopfgeldziel aktiv. Sofort aus. Wachlich bleiben! Da bitte auf, dass die umstrichste... Der Feind sprengt über dem... Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Der Schussverkauf ist beendet. Alles klar ist wieder normal. Kopfgeldziel markiert. Mach sie fertig. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Klug entwischt. Das Gas nähert sich dir. Verbündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Verbündeter Clusterschlag ist unterwegs. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Ja, mal weniger. Typiger. Heiser in 10! Du hast es fast geschafft! Jetzt flühen! Übersicht! Das gibt's doch nicht! Das ist der Zittrum. Hier so wie ein Weck. Das gibt's doch nicht. Er trinkt doch eh mit der Scheirschütze. Ja, das ist ein Feuer! Es flog nur ein Rad, der liegt da! Keine Scheiße weg da! So einen schönen Spielzug mochte ich dann, dann stierf's so ehrlendig. Nirgendwo Kohle, als der Martin uns doch gekauft hat. Nö, ich hab's gar warte, ich hab's gar warte. Oben am Fenster, der sieht deinen Kopf hundertprozentig. Ich weiß gar nicht, ob's jetzt so ausgeht. Choretisch, darum schlägt ihn nicht. Aber ich kann's noch weiter riskieren. Und schießt mit was... ...nicht snappigen. Alter, das sind nur vier Teams, wo ich jetzt eigentlich häkeln. Schaut's uns an die Gartenzeit auf. ...ich weiß nicht so ganz. Ich bin nur der anderen. Ach, ich hab's gesagt. Ich bin nur der Hang. Das ist ein Ich 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 muss aufschauen, dass du die Fötter hast. Schön. Halt raus gegen die Witte. Jede Anseln. Du kannst mich zurückkaufen, das ist großartig. Der andere ist nicht da. Warte. Verrückt mich an. Genau. Danke. Oh, da... Oh, da ist eine Tür. Es ist nicht so gut, oder? Es ist so krass, ja. Ja, das kann ich spüren. Just in ten.